Ab geht's, die Partie ist eröffnet, Hoffenheim stößt an. Die Flanke kommt rein auf Silber mit der Hacke. Achtung, Gefahr, Kramaric ist im 16er, hat eine Schusschanze. Nochmal einmal gedreht mit dem linken Fuß. Das ist ja nicht normal, wie macht er den denn rein? 1 zu 0 für die TSG, Tor. Das war ein Hammer-Tor, muss man schon sagen. Geht jetzt ins 1 gegen 1 gegen die Hinterecke. Achtung, Kramaric ist jetzt alleine vor Kevin Trapp, wer sucht es mit dem Lupfer? Aber Kevin Trapp mit der rechten Pranke. Also 0-0 wäre eigentlich gerecht gewesen. Jetzt hat Bas Dost vielleicht eine Möglichkeit. Ist im 16er, mit dem linken Fuß und da legt er ihn vor. Und da ist es Kramaric, macht das 1 zu 1. Super, Flanke ist auf den langen Pfosten zu Dost. Mega dicke Chance für unsere Eintracht. Bas Dost mit einer Direktabnahme, aber Baumann kann die Arme hochreißen. Tolle Bewegung für Kramaric. Geht jetzt ins 16er rein, Kramaric, macht er noch einen Früchten. Kramaric, immer noch Kramaric, Kramaric. Mach ihn rein, Silva. Der Ball ist auf der Linie. Tor, 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 Tor. Was ist das denn? Hier fliegt das Dach weg. Meine Güte, geile, 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 geile. Schöner Pass auf Kramaric, der ist frei im Strafraum, auf Touré. Und Touré macht ihn rein. Nein, nein, nein. Die Sprung macht Feierabend, wir essen zeitig hier. Der letzte Schuss ist nochmal abgeploppt, gibt noch einen Einwurf. Und jetzt sind die Fans natürlich sauer, warum nicht fertig ist. Und jetzt ist fertig. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.